Junioren-Weltmeister auf heute wieder da, der hat ja gestern vor seinem Bruder die schwerste da bekommen, also der ist auch wieder da, also ein super super Startfeld von ganz klein bis, wie alt ist der älteste Michi? 53. 53 ist der älteste, naja das ist auch noch nicht alt zu teilnehmen, also ja, alles Gute. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist eine phänomenale Leistung. 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 Das ist eine phänomenale Leistung.